Herr Kattentiet, bitte stellen Sie sich einmal kurz selber vor. Ja, mein Name ist Christoph Kattentiet, ich bin 42 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder im Alter zwischen neun und vier Jahre. Vom Beruf bin ich Sozialarbeiter und Angestellter der Handwerkskammer Münster und dort in einem Programm beschäftigt, was sich mit Vermittlung von Jugendlichen in Arbeit im Handwerk im nördlichen Ruhrgebiet beschäftigt. Und jetzt Kandidat der Grünen? Genau, parteipolitisch aktiv bin ich seit 2005, seit 2012 bin ich im Rat der Stadt Münster für die Grünen und bin jetzt hier im Fraktionsvorstand und schulpolitischer Sprecher der Grünen Ratsfraktion. Im Moment haben wir da ja eine Gestaltungsmärkte, eine Koalition mit der CDU und bin jetzt eben Landtagskandidat für den Wahlkreis Münster-Süd. Bevor wir dann jetzt richtig ins Wahlprogramm einsteigen, vielleicht in Ihren eigenen Worten einmal, wofür steht Ihre Partei in Nordrhein-Westfalen besonders? Also aus meiner Sicht stehen wir für eine Bildungsgerechtigkeit, für eine Chancengerechtigkeit von Anfang an. Das bedeutet, dass es uns sehr wichtig ist, dass wir benachteiligte Menschen, die vielleicht von Lebensbeginn nicht die besten Startchancen haben, durch Kita, Schule und bis zur Hochschule möglichst durchlässig das System gestalten, dass wir eine möglichst hohe Chance für jeden haben, wirklich an der Gesellschaft teilzuhaben. Ich denke mal, das ist ein ganz entscheidender Faktor und ich glaube, dass wir da doch für sehr stehen. Ja, um dann jetzt auch so ein bisschen ins Wahlprogramm einzusteigen. Für Sie persönlich, was sind in der grünen Programmatik zu dieser Landtagswahl die ganz besonders wichtigen Themen? Welche Themen müssen auch nach der Landtagswahl für Sie besonders eine Rolle spielen? Also ich glaube, dass wir Grünen stehen für eine offene Gesellschaft, für eine vielfältige Gesellschaft. Das bedeutet für uns, dass wir gucken wollen, dass wir alle Gruppen mit integrieren können. Wir wollen, uns ist es sehr wichtig, dass wir die Menschen, die nach Nordrhein-Westfalen geflüchtet sind und jetzt hier untergekommen sind, dass sie eine wirkliche Möglichkeit haben, auch an der Gesellschaft teilzunehmen, dass sie eben auch in Arbeit kommen. Warum? Diese Dinge sind mir sehr wichtig. Als zweites geht es eben um die Bildungsgerechtigkeit. Wir haben hier doch in den letzten sieben Jahren Bildungspolitik gemacht. Da gibt es auch eine ganze Menge Kritik dran, das muss man sagen. Aber ich glaube, dass wir insgesamt eine sehr gute Haltung im Bereich Bildung haben. Es geht darum, eben jeden mitzunehmen, so wie ich es am Anfang sagte, dafür stehen wir. Und als drittes glaube ich, dass wir schon für eine nachhaltige Klimaschutzpolitik sprechen. Das heißt, dass wir den Ausstieg aus der Braunkohle festterminiert haben. Und da ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt auch in Nordrhein-Westfalen. Also als erstes haben Sie ja jetzt dann auch von dem Punkt Zuwanderung und Asyl gerade gesprochen. Wie bewerten Sie denn die bisher dort geleistete Arbeit? Reicht die soweit aus? Was kann die Politik dann noch mehr leisten, Ihrer Meinung nach? Ja, Politik alleine kann da gar nichts leisten. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und ich glaube, dass man sagen kann, auch ziemlich stolz sagen kann, dass das auch in Nordrhein-Westfalen seit 2014 in großen Teilen überragend gemacht worden ist. Wir hatten ganz hohe Bereitschaft in der Gesellschaft, über alle Grenzen hinweg zu helfen. Das muss man einfach sagen. Und das ist etwas, das ist die Grundvoraussetzung, dass überhaupt man in die Lage versetzt wird, mit den geflüchteten Menschen hier zusammen zu leben und mit ihnen zusammen hier eine oder für sie zusammen eine Zukunft aufzubauen. Ich glaube, dass da ganz viel vom Staat weg ganz hervorragend gelaufen ist und dass jetzt Zusammenarbeit zwischen den Ministerien, den Verwaltungsebenen, in den Kommunen, in Bezirksregierungen und eben dann bis runtergebrochen zu den Hilfsorganisationen, das schon eine ziemlich gute Arbeit war. Das, finde ich, ist schon richtig. Es geht aber jetzt ja nicht nur darum, wir haben die Menschen alle gut aufgenommen. Keine Frage, sie werden auch alle satt und sie können alle wohnen und nehmen auch viele am Sprachkurs teil. Das muss der nächste Schritt folgen. Die Integration muss tatsächlich gelingen. Also Integration ist etwas, was ja über Jahre dauert, was aber eine klare Struktur, ein klares Konzept braucht. Und ich glaube, dass wir da noch viel Handlungsbedarf haben und dass wir da noch nicht am Ende sind. Das wäre auch ein bisschen merkwürdig, wenn wir da jetzt schon mit fertig wären. Aber ich glaube, dass da noch sehr viel Arbeit ist. Und dann ist mir eins noch ganz wichtig. Wir haben ja eine Menge geflüchtete Menschen, die nach Nordrhein-Westfalen gekommen sind. Es gibt aber eine Menge, die sollen wieder weg oder kommen erst gar nicht nach Nordrhein-Westfalen. Und da ist schon eine Aufgabe, die du jetzt vielleicht als Land nicht als allererstes zu erledigen hast. Aber man darf nie den Blick verlieren, dass die Fluchtursachen, warum Menschen flüchten, die sind ja nicht aufgelöst, sind nicht weg, sondern sie kommen im Moment halt einfach nicht bis nach Deutschland und nicht bis nach Nordrhein-Westfalen. Das möchte ich nicht vergessen. Und als zweites halte ich es dann doch auch für unglaublich wichtig, dass wir nicht, wie jetzt zum Beispiel auch aus Nordrhein-Westfalen Menschen nach Afghanistan zurückführen. Da muss ich sagen, dass das, was da Innenminister Jäger und Ministerpräsidentin Kraft macht, das finde ich schon unmenschlich. Also in dieser Situation, in der Unsicherheitslage in Afghanistan Menschen zurückzuführen, das finde ich schon etwas, was auch echt gegen Grundsätze verstößt. Sind das dann auch die Punkte, wo Sie mit der SPD schon mal weiter auseinander driften? Ja, das ist ja offensichtlich. Also da sind wir, das haben wir jetzt auch in der letzten Woche mehrfach in der Öffentlichkeit gesagt, da sind wir auseinander, keine Frage. Also wir, ich meine, die NRW-Landesgrünen haben sich hier eindeutig positioniert, dass eben Rückführungen nach Afghanistan aus unserer Sicht nicht möglich sind. Und ja, das ist natürlich etwas, wo wir doch auseinander sind. Als zweiten Stichpunkt haben Sie die Bildungspolitik genannt. Da wirft Ihr politischer Mitbewerber oder halt die Opposition, wirft beim Stichpunkt Inklusion der Regierung vor, dass ja dort Inklusion um jeden Preis sozusagen veranstaltet wurde. Wie bewerten Sie diese Art Aussagen? Ja, aus meiner Sicht ist das nicht so nachzuvollziehen. Man muss sich einfach eins vor Augen, wir müssen uns überlegen, warum wir das überhaupt machen, Inklusion. Inklusion bedeutet letztendlich, dass wir Institutionen haben, nämlich Schule, die sich so weit verändern muss, damit jeder dort auch mitmachen kann. Das ist der Grundgedanke von Inklusion. Und wenn wir uns jetzt vergegenwärtigen, was zum Beispiel in den 90er Jahren Menschen, die einen Sonderschulabschluss oder einen Förderschulabschluss im Bereich sozial-emotional haben, welche Chancen auf Teilhabe der Gesellschaft hatten die denn? Was kann man denn mit diesen Berufsabschlüssen aus einer Förderschule am Ende machen? Ziemlich wenig. Uns geht es jetzt darum, oder das ist der Grundgedanke von Inklusion, die Chance auf Teilhabe zu erhöhen. Das ist eine grundsätzliche Frage, das ist eine Haltungsfrage. Die hast du oder die hast du nicht? Und wenn ich die habe und wenn wir sagen, ja, das wollen wir, dann kommt es natürlich darauf an, wie wird das jetzt umgesetzt. Und da kann ich also nicht akzeptieren, dass das alles viel zu langsam gehen würde. Also im Gegenteil, wir sind jetzt ja doch schon relativ lange dabei. Also ich kann jetzt nicht erkennen, dass das Tempo mit der Inklusion gemacht wird zu hoch ist. Wo ich aber völlig einverstanden bin, ist mit vielen Teilen oder mit Kritik an aktuellen Zuständen, an aktuellen Bedingungen an Schulen, an Arbeitsbedingungen an Schulen, an wer da alles arbeitet, wie viele Leute da arbeiten. Dass die Lehrkräfte vielleicht auch nicht so vorbereitet sind. Lehrkräfte nicht so. Da teile ich die Kritik. Da sage ich, ja, da sind wir auf keinen Fall fertig. Wir können uns nicht da hinstellen und sagen, ist alles gut. Und wir können auch nicht sagen, ja, wir haben aber schon alles das und das gemacht. Das können wir zwar sagen, aber das ist ja im Endeffekt nicht etwas, was jetzt im Einzelfall wirklich hilft. Und jeder kennt aus dem Bereich Schule sicherlich Beispiele, wo es nicht gut läuft. Das müssen wir sehr viel ernster nehmen. Und am Ende des Tages ist es eine Frage der Ressource. Das heißt, ich fordere eindeutig als Kandidat von den Grünen, dass der Bildungsintag deutlich erhöht wird. Es wird nicht anders gehen. Wir brauchen ein Mehr an Personal. Wir brauchen ein Mehr an finanziellen Ausstattung für die Kommunen, damit wir auch räumlich eine andere Situation haben. Nur dann kann das Ganze gelingen. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass das eine grundsätzlich richtige Entscheidung ist, die wir getroffen haben, dass Inklusion das gemeinsame Lernen nach vorne gebracht wird. Man sieht das ja auch, wenn Sie jetzt Inklusion etwas weiter fassen, dann sehen Sie ja gerade in Münster auch den enorm hohen Zuspruch an den Anmeldezahlen für unsere integrierten Systeme. Also wir haben ja im Bereich der Gesamtschulen insgesamt sicherlich 500 Abweisungen in Münster. Das heißt, Eltern, die ihre Kinder nicht an einer Gesamtschule anmelden konnten, das zeigt ja, dass ein gemeinsam längeres Lernen gewünscht ist. Wir haben mit der Sekundarschule und der Primuschule zwei Schulformen, die jetzt mit jeweils 60 Anmeldungen auch eine gute Resonanz haben. Also wenn Sie Inklusion etwas weiter fassen, dann sehen Sie schon, dass dort auch ein Elternwille dahinter steckt, das zu tun. Und da sind wir noch lange nicht fertig. Wir haben eine ziemlich aufgeregte Diskussion über diesen Punkt. Das ist gar keine Frage. Es gibt große Teile aus Schulen und es gibt auch Teile aus Eltern, die nicht einverstanden sind mit dem, was jetzt passiert. Das muss man sehr ernst nehmen. Auch was Schließung von Förderschulen vielleicht dann betrifft, wenn denen zum Beispiel eben die Schüler abhanden kommen dadurch. Ja gut, aber das ist ja so nicht. Sondern es ist ja so, dass wir, also ich kann das jetzt für Münster sagen, dass wir in Münster für jeden Förderbedarf, den es gibt, eine Förderschule aufrechterhalten haben und auch rechterhalten werden. Wenn Sie jetzt auf die Schließung der, es ist keine Schließung, auf das Auflaufen stellen der Uppenbergschule ansprechen, dann müssen Sie einfach konstatieren, dass das eine Schule ist, die nach den Sommerferien noch 44 Schüler und Schülerinnen hat. Jetzt muss man sich überlegen, auch als Kommune, muss man auch in die Situation gebracht werden, so eine Schule auch finanziell aufrecht zu erhalten zu können. Dann ist es ja so, dass diese Schüler, die dort, wenn ich jetzt als Elternteil sage, ich möchte gerne, dass mein Kind hat einen sozialemotionalen Förderbedarf, hat dort Schwierigkeiten und ich habe den auch feststellen lassen und ich möchte gerne, dass mein Kind auf eine Förderschule geht. Dann wird es im Stadtgebiet von Münster dafür immer eine Lösung geben. Das heißt, wir bieten das sehr wohl an und ich bin auch nicht der Meinung, dass man einfach sagen kann, naja, die Förderschulen brauchen wir nicht mehr. Ich sage aber sehr wohl, dass der, auch hier der Elternwille, die Anmeldezahlen ja eine deutliche Sprache sprechen. Das heißt, dass Eltern sagen, wir wollen für unsere Kinder in das gemeinsame Lernen reingehen. Ja. Eine weitere Glaubensfrage, was die Bildungspolitik betrifft, ist natürlich die Frage G8, G9, Dauer der Gymnasialschulzeit. Wie ist da Ihre Position als Grüne? Also meine Position ist da persönlich ganz eindeutig. Die unterscheidet sich eventuell auch ein bisschen als das, was die Landesgrünen da jetzt... Umso spannender. Ich bin eindeutig. Ich sage, wir brauchen eine Rückkehr, ein flächendeckiges Rückkehr zu G9. Und zwar, weil ich fest davon überzeugt bin, dass wir, dass die jungen Menschen eine gewisse Zeit brauchen, um auch insgesamt reifen zu können. Mit reifen, das meine ich jetzt gar nicht. Die sollen alle ganz vernünftig werden. Die sollen sich aber ausprobieren. Die sollen ein bisschen wissen, was ist für sie gut? Was ist eine authentische Entscheidung für mich selber, mit deren Konsequenzen ich auch gut umgehen kann? Und dazu gehört es, dass ich ein bisschen über den Tellerrand gucke. Dazu gehört es, dass ich die Zeit habe, mich neben der Schule zu engagieren, Dinge auszuprobieren. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass durch G8 wie auch durch Bachelor-Master-Lehrgänge wir sehr uniformierte, sehr klare Lebenslinien bekommen. Eventuell auch mit scheinbar viel Erfolg, mit Erfolg durch Erreichen von Noten oder Abschlüssen. Aber mir hat letztens noch ein Coach erzählt, der sich im Prinzip damit beschäftigt, also unter Führungskräften zu coachen. Er sagte, ich habe einen ganz neuen Klientenkreis bekommen. Eltern melden ihre Jugendlichen bei mir an, die gerade Abitur gemacht haben. Die müssen mal irgendwie wissen, was sie denn im Leben wollen. Da bezahlen Eltern jetzt viel Geld, damit jemand mit den Kindern bespricht, was sie denn eigentlich machen wollen. Und ich glaube, das ist ein Ergebnis von G8. Ich glaube, dass wir da nicht erfolgreich sind. Ich glaube, es gibt eigentlich überhaupt gar keinen einzigen Vorteil davon. Und von daher bin ich eindeutig dafür, dass man dann auch mal klar sagen muss, dann muss man das auch wieder lassen. Ich weiß übrigens einen Satz dazu noch, dass das viele Schulen nicht besonders gut finden, weil sie nämlich dann wieder alles umkehren müssen. Da kann ich aber nur sagen, das gehört vielleicht auch mal zum Spiel. Sicher, das Problem sind dann die Übergangszeiten für die Schüler dann natürlich auch wieder. Wenn wir jetzt noch etwas zügiger dann gerne auf die wirtschaftspolitischen Leitlinien der Grünen dann auch noch zu sprechen kommen, wozu für mich dann natürlich auch Strukturverkehr und derartiges gehört. Also bei der Wirtschaftspolitik finde ich oder ist für uns am wichtigsten, dass sie am letzten endlich nachhaltig ist. Dass sie nachhaltig ist für die Menschen, die sie betrifft. Das heißt für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass es eine Jobsicherheit gibt, dass es möglichst wenig befristete Stellen gibt, dass es auf der anderen Seite eine Flexibilität gibt, damit Familie und Beruf unter einen Hut gebracht werden kann. Ich denke, das ist ein gewichtiger Teil, weil auch da ich brauche für eine funktionierende wirtschaftszufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das gerne machen, mit einer hohen Motivation machen. Ich glaube, dann kann da sehr viel gelingen. Wir brauchen im Verkehr, weil Sie das gerade angesprochen haben, einen Ausgleich an mehr auf die Schiene und zwar jetzt nicht nur aus ökologischen Gründen, aus denen auch, aber wenn Sie halt sehen, wie viel Staus wir jeden Tag haben. Das werden wir mit Ausbau nicht in den Griff bekommen. Jetzt mal weg von jeder Ideologie. Das werden wir damit nicht in den Griff kriegen. So viele Autobahnen werden wir nicht bauen können, selbst wenn wir es wollten. Das heißt, wir müssen den Individualverkehr versuchen umzulenken. Das geht nur mit einer höheren Taktung. Ausbau von Dortmund-Lünen zum Beispiel. Das hängt auch damit zusammen. Und wir müssen es attraktiver machen für die Leute. Also die Leute müssen sagen, ja, das ist für mich eine Alternative und da sind wir noch ein ganzes Stück von weg. Vielleicht ein bisschen eigensinnig, aber ich möchte auch gerne auf die Medienlandschaft noch ein wenig zu sprechen kommen. Lügenpresse ist ein Ruf, der dann auch immer wieder zu hören gewesen ist in jüngerer Vergangenheit. Was denken Sie, welche Maßnahmen kann vielleicht die Politik treffen, um die Medienlandschaft in Nordrhein-Westfalen zu stärken? Also wir können, eigentlich halte ich sehr viel davon, wenn sich der Staat relativ aus Medien raushält. Aus dem, was Medien tun, aus dem, wie sie es tun, raushält. Wir müssen weiter mit unseren Angeboten der öffentlichen, rechtlichen, die müssen wir weiter stärken, die müssen weiter in, die müssen weiter existieren, die müssen weiter frei arbeiten können. Das ist keine Frage. Und wofür wir als Grüne auch immer stehen. Das ist ja für sie auch spannend, dass eben die Medienlandschaft vielfältig bleiben kann, dass also auch Bürgerinnen und Bürger ihre eigenen Medien machen können. Denk mal, das ist eine ganz, ist schon ganz entscheidend, dass es da eben Möglichkeiten gibt, auch Nischen zu besetzen und vielleicht auch die Themen nach vorne zu bringen, die jetzt vielleicht nicht so Mainstream sind. Das muss ja auch gar nicht sein, aber ich denke, das ist schon was ganz Entscheidendes. Hat ja auch was mit Medienkompetenz. Medienkompetenz. Medienkompetenz, mit Bildung hat das sehr viel zu tun. Das ist ein wichtiges Stichwort. Wir haben natürlich den großen Teil der sozialen Netzwerke, die, und wenn ich mir Twitter angucke, die übernehmen ja manchmal schon Aufgaben, die normalerweise Nachrichten oder so auch übernehmen. Und da kommt es schon sehr darauf an, dass man eben auch unsere jungen Menschen auch über die Gefahren und auch über die Schwierigkeiten im Umgang mit diesen Medien weiter aufklärt, vielleicht auch ein Stückchen mehr aufklärt, sodass man dann auch als jeder einzelne Bürger, jede einzelne Bürgerin auch in die Lage versetzt wird, unterscheiden zu können. Sie haben es angesprochen, was sind denn jetzt Fake News und woher bekomme ich denn, woher bekomme ich denn tatsächlich oder was sind Quellen, die mir Informationen geben, auf die ich mich auch verlassen kann? Jetzt nach fünf Jahren und Sie sind ja bisher nicht Landtagsabgeordneter gewesen, deswegen vielleicht noch ein bisschen der Blick von außen möglich. Wie bewerten Sie denn die bisherige Arbeit der rot-grünen Landesregierung? Was ist gut gelaufen? Was ist in Ihren Augen vielleicht etwas schlechter gelaufen? Also insgesamt, glaube ich, steht Nordrhein-Westfalen gut da. Die Bürgerinnen und Bürger leben in einem Land, was sich insgesamt um sie kümmert. Das kann man in den letzten Jahren eindeutig so sagen. Ich bin durchaus zufrieden mit dem, was wir in der Umweltpolitik in Nordrhein-Westfalen erreicht haben. Ich finde, dass wir in vielen Bereichen, dass wir im Breitbandausbau, Digitalisierung wird oft angesprochen, dass da Nordrhein-Westfalen eine gute Rolle spielt. Auch da sind wir nicht fertig, aber da glaube ich schon, dass es dort eine Regierung gibt oder eine Regierung gab, die sich diesem Thema annimmt. Wenn Sie nach Verbesserungen sprechen, bei der Bildung ist es beides. Da sage ich schon eindeutig, wir haben eine ganz große Aufgabe mit der Inklusion. Wir sind auf dem richtigen Weg, wir haben die richtige Richtung eingeschlagen, sind da aber noch lange nicht fertig. Das ist überhaupt gar keine Frage. Also manche Themen werden natürlich grundsätzlich immer bleiben. Fertig wird man damit nie, aber Nordrhein-Westfalen ist ja insgesamt, und das finde ich tatsächlich ein wunderbares Land, es ist ganz verschieden überall. Also Sie brauchen ja nur ein paar Kilometer von hier wegfahren ins Ruhrgebiet. Da sieht es dort ganz anders aus und ich glaube, das macht das Land ja auch aus. Verzeihen Sie, wenn es vielleicht dann ein bisschen frech klingen mag, aber die Perspektive für die Grünen an der nächsten Landesregierung teilzunehmen, ist jetzt laut Umfragen nicht die allerbeste. Wir bauen jetzt natürlich unsere Berichterstattung auch nicht zu sehr auf Umfragen. Allerdings ist es natürlich dann eben fraglich, ob die Grünen weiterhin in Nordrhein-Westfalen mitgestalten können. Was sind da Ihre Perspektiven für nach der Wahl? Ja, also wie gesagt, nach der Wahl ist nach der Wahl. Wir sind noch vor der Wahl. Ich kenne das Ergebnis noch nicht, was dabei herauskommt. Ich sehe das relativ pragmatisch und auch relativ unaufgeregt. Also entweder, also wenn die Situation eintreten sollte, dass man hinterher eben nicht mehr in einer Landesregierung ist, dann sind wir Oppositionspartei. Das ist eine wichtige Aufgabe, da sind wir mit vollem Herzen dabei und werden die Themen weiter nach vorne bringen zu versuchen. Ich glaube nicht, dass das jetzt ein großes Problem ist. Klar, Regieren ist besser. Das kenne ich hier gerade aus Münster. Das ist überhaupt gar keine Frage. Wir wollen auch regieren. Wir haben das auch nicht aufgegeben. Das ist auch so. Also wie gesagt, wir sind noch mit im Spiel. Abgepfiffen wird noch nicht. Und dann werden wir gucken. Und man kann auch nach dem Rückstand noch gewinnen. Ich glaube, Borussia Dortmund hat das gestern ganz gut gemacht. Ja, nachdem Sie erst mal einen Vorsprung verloren haben. Das war ja gut aus. Genau. Aber sonstige andere Koalitionsmöglichkeiten, Machtoptionen, die würden Sie dann auch durchaus ausloten oder würden Sie jetzt direkt schon etwas ausschließen wollen? Ist mir klar, dass solche Fragen immer spannend sind. Aber ich finde grundsätzlich, dass wir nichts ausschließen können, was nicht mit, damit meine ich jetzt alle demokratischen Kräfte. Das ist überhaupt gar keine Frage. Die Spitzengrünen haben da in dieser Woche was zugesagt. Ich wäre da ein bisschen unaufgeregt. Dann würde ich mir das jetzt erst mal angucken. Natürlich ist es so, dass wir, also das muss man schon sagen, inhaltlich haben wir mit der FDP herzlich wenig zu tun. Und das passt auch nicht zusammen. Und dann kann man auch nicht so tun, als ob das auf einmal gehen würde. Wenn Herr Lindner seine Position verändern würde nach der Wahl, können wir über alles sprechen. Wenn wir aber davon ausgehen, dass deren und unsere Aussagen und unsere Handlungsweisen im Wahlkampf und davor dann auch identisch und authentisch sind mit dem, was nach der Wahl passiert, dann passt das einfach nicht zusammen. Das muss man dann auch mal ganz klar sagen. Herr Kattentiet, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.